Herzlich Willkommen zu einer neuen Meditation und heute werden wir eine Reise durch den Körper machen und zwar in Teile des Körpers, wo Emotionen sich festsaugen. Und heute machen wir mal, also Emotion und Körper und heute starten wir mal mit Augen und Leber und schauen uns das mal an, wie das denn wirkt, wie das auch bei dir wirkt. Und wir werden so peu a peu dann Körperteile durchgehen, danach mal Magen, Darm und Leber und so weiter, Herz und, Magen, Darm und Emotionen, pardon, und Herz und Emotionen und wir schauen heute eben mal Augen, Leber und Emotionen an, wie das bei dir wirkt. Und grundsätzlich machen wir da jetzt eine tiefe Reinigung durch. Das heißt, du kannst dich schon mal entspannen, die Augen schließen Und dann erlaube dir mal Tief einzuatmen Und wieder auszuatmen Und einzuatmen Und wieder auszuatmen Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter Und die Betonung liegt auf Entspannung Dort, wo du Spannung wahrnimmst, kannst du jetzt entspannen Geh mal ganz bewusst zu deinem Gesicht Und entspanne mal deine Gesichtsmuskulatur Du kannst dein Kiefer ganz sanft hängen lassen Und auch deine Augenlider entspannen sich Die ganze Muskulatur im Gesicht Und um den Mund entspannt sich Und erlaube dir auch, dass sich so die Muskeln um die Augen entspannen Das heißt, die Bänder, die die Augen halten Deine Seemuskeln entspannen sich Und auch beim Auge entspannt sich jetzt so die Iris, die Regenbogenhaut Der Glaskörper Und alles wird ruhiger und weicher Und mit der Entspannung deiner Augen entspannt sich auch der Sehnerv Also links und rechts bei deinen Augen entspannt sich auch der Sehnerv Und diese Entspannung vom Sehnerv geht weiter bis zu deinem Gehirn Und auch dein Gehirn entspannt sich Deine Kopfhaut entspannt sich Dein Trommelfell entspannt sich Dein Trommelfell entspannt sich Die Ohren entspannen sich Dein Hals und Nacken entspannen sich Du spürst einen tiefen Frieden und eine tiefe Zufriedenheit Und du erlaubst dir jetzt diese Entspannung von deinem Gesicht, Kopf Durch die Wirbelsäule In deinen ganzen Körper fließen zu lassen Vor allem auch deine Leber entkrampft sich Und deine Gallenblase Du wirst weiter weicher und ruhiger Und du bittest nun deine geistigen Helfer und Führer um Unterstützung Oder die geistige Welt um Unterstützung Jetzt auch in der feinstofflichen Ebene zu arbeiten In der emotionalen Ebene Die Frage ist, wo hast du Gefühle gespeichert Die womöglich deine Leber oder deine Augen anspannen Die dir die Sicht rauben Womöglich ist auch alter Ärger in deiner Leber gestaut Und genau zu diesen Emotionen Fließt jetzt Transformation und Heilung Aus der geistigen Welt Bevor sich diese Emotionen Bevor sich diese Schleier manifestieren Vielleicht nimmst du manchmal Onmacht wahr Fühlst dich manchmal hilflos Aber dennoch Werden nun diese Emotionen gereinigt Die auch an deiner Leber anhaften Und an deinen Augen Dein Filter wird gereinigt Also Die Verzerrung Das Zerrbild der Realität Welches durch Emotionen erzeugt wird Darf sich jetzt reinigen Und du spürst jetzt Wie von deinen Augen Schleier Gehoben wird Wie milchige Neblige Energie Abgesaugt wird Und du spürst auch Dass diese milchige neblige Energie Die von deiner Leber gereinigt wird Also der emotionale Stillstand Und löst sich auf Eine tiefe Transformation Findet in deinem Energiefeld statt Gestaute Gefühle lösen sich Und wie ein Schleier Und wie ein Schleier Der gehoben wird Spürst du, dass du in dir Klarer und ruhiger Und bestimmter bist Und es entsteht nun eine gewisse Leere Eine gewisse Weite in dir selber Und du erlaubst dir nun diese Weite zu füllen Auf der einen Seite mit Gesundheit Also überall dort wo Emotionen Transformiert wurden Oder abgesaugt wurden Entfernt wurden Von deinen Augen Oder deinem Leberbereich Darf nun Gesundheit reinfließen Heilung der Leber Heilung deiner Augen Deiner Sehstärke Und deines Augen Deines Sehsystems Vor allem heilt sich auch der Bereich Wo du vielleicht blind vor Wut gewesen bist Und du spürst Stabilität und Vertrauen Erlaube jetzt, dass diese Heilung sich manifestiert Du spürst, dass deine Leber sich reinigt Die Gallenblase sich reinigt Und du spürst auch deine Augen Die von dieser Reinigung Es ganz sanft Berührt werden Spüre nun noch einmal Ganz bewusst zu deiner Leber Und spüre dorthin Zu allen Energien Die deine Leber erschöpfen Und diese Energien Werden nun transformiert Und abgesaugt Also alles was deine Leber erschöpft Wird nun transformiert Und abgesaugt Und du spürst nun Dass da ganz viel Licht reinfließt Vergebung reinfließt Heilung annehmen und zulassen Noch einmal reinfließt Hingabe, Weichheit und Öffnen Erlaube dir nun Dass du diese Kraft und Energie Fühlst Und spüre auch Wie dein Blick klarer wird Wie du eine positive Spannkraft Spannkraft aufbaust Jenseits von Sentimentalität Und emotionalität Und wie du spürst Dass du kraftvoll und klar Selbstbestimmt Deinen Weg gehen kannst Und du spürst Und du spürst auch Die Energie der Heilung Du spürst Dankbarkeit Und Kraft Und du bedankst dich Bei der geistigen Welt Und weißt Dass die Heilungsenergie Bei dir Verbleibt Dass du stets Auf diese Energien Zugreifen kannst Und du atmest Und du atmest noch einmal Tief ein Und wieder aus Bewegst Deine Arme Und Beine Streckst dich durch Und spürst Wie diese tiefe Körperliche Und emotionale Reinigung Der Leber Und der Augen Noch nachwirkt Fühl noch einmal rein Bedank dich noch einmal Und wenn du dich Wieder gut wahrnehmen kannst Dann öffnest du Deine Augen Und kommst ganz Ins hier und jetzt In diese Zeit In diesen Raum zurück Und kannst dich An alles erinnern Was während Dieser Meditation Geschehen ist Wie ist es dir gegangen Was hat sich denn getan Bei dir Ich bin gespannt Auf deinen Kommentar Bitte schreib es mir gerne rein Lass mir einen Daumen hoch Da Abonnier den Kanal Und vielleicht Sehen wir uns ja Demnächst wieder Bei einer Sitzung Oder bei einem Workshop Auf jeden Fall Werden wir da Mit dieser Reihe Noch weitermachen Also Organe und Emotionen Das Lösen und Reinigen Ich wünsche Eine gute Zeit Aus dem wunderschönen Linz Dein Oliver Eriney Tschüss Aus dem wunderschönen Linz Aus dem wunderschönen Linz Aus dem wunderschönen Linz Untertitelung. BR 2018